Oh mein Gott, oh mein Gott, ich brühe schon wieder, oh mein Gott, aber das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, was ist hier los, ich, 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 ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen, das ist mir noch nie passiert in der Geschichte von FIFA, jetzt, meine Damen und Herren, da kommt es, da kommt es in voller Pracht, jetzt können wir zoomen, oh mein Gott, also jetzt, jetzt kommt es, wir laufen, hier an, wir haben gesehen, dass ich Schusstaste gedrückt habe, das sehen wir jetzt hier glücklicherweise nicht mehr, so, so, da kommt der Ball, ich will schießen, er schluckt meine Schusstaste, stoppt sich den Ball nochmal und denkt sich, dann komme ich, mach mal hier, Arschschießen, Bam, oh mein Gott, im Leben, kein Tor, Kein, das habe ich noch nie gelebt, das, ey, in der Geschichte von FIFA habe ich das noch nie erlebt, kein Tor, unfassbar, Ja, chillig, Neymar nimmt den Ball nicht an, chillig, Das ist, ich werde so verarscht, ich werde so verarscht, Hilfe, ich werde so, 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 verarscht, oh mein Gott, mach, oh, Dinger, Dinger, ich brauche einen Clip, Oder woanders, es gibt ja auch viele E-Sportler, wo du denkst, die spielen für einen Verein, wo du denkst, die wohnen da in der Nähe, aber wohnen sie gar nicht, Ja, auch mal ein bisschen, auch mal ein bisschen flexen, Ich fahre hier keinen Gang runter, Was, ey, bitte guckt euch das so an, was ich gemacht habe, EA, ich habe nie was gegen EA gesagt, der Arme, Klippt das bitte einer, klippt das bitte einer, dieses Gegentor, was ist das für eine Frechheit, Werne einfach treffsicherer wie auf das gegnerische Tor, Was ist das denn, Dinger, ich kenne nicht mal die Nation, Aber halt, jetzt habe ich gefühlt so ein Back-Up-Man ohne Witz, Du bist so eklig, ne, wie kann man nur, Schämst du dich eigentlich nicht on-stream? Nee, eigentlich nie, Baah, Alter, mach, haha, Dinger, tapp, super, was ich, was ich schon wieder für Wörter für dich im Mund habe, die ich gerne rausschreien würde, ne, Junge, wahrscheinlich will ich da zu meinem Name abpassen, Wenn Rooney direkt davor steht, Donnarumma, Dinger, bitte, 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 Oh, Let's go, Oh, nice, Ich glaube, das wäre so eine Bestrafung für mich, Eine Weekly League auf dem PS5, Hä, guck, war, Schiri, Ey, die müssen war einfügen in FIFA, Ja, ich sag's dir, es ist... Ah, perfekt, Ah, perfekt, Ah, perfekt, Der, dieses, dieses, dieses Spiel, er hat da Hände, Ich merke schon, diese Runde wird richtig verschützt, Hier vorne ist auch noch einer, Oh, mein Gott, So, Ne, ich glaube, ich stehe, Ich weiß gar nicht, wie ich stehe, Keine Ahnung, Das wäre ein schönes Tor, ne, Ja, danke, So, Jungs, leider war das Ganze hier Offstream gewesen, Ähm, während UEFA Europa League Finale, Habe ich währenddessen ein paar Picks gemacht, Im allerersten Player Pick kam einfach, Boom, Cristiano Ronaldo, Schaut euch das an, Er läuft rückwärts und dann seitwärts Und dann geradeaus Und holt einen Ref vor, Schau mal, Der hier schon ist, Zack, Oh, 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 Was ist hier passiert? Schau mal, Pass auf jetzt, Äh, Wupp, Hahaha, Das ist FIFA 21, Meine Damen und Herren, Wird einfach nur Geld, Ja, der Suarez bestimmt tot, oder? Nein, Ich ruhe da wieder in die andere Reckhörte, Ich mach den Pöder gleich kaputt, Was ist das denn diese Anschluss-Tore jetzt, Mann, Ja, Immer diese Anschluss-Tore, Lewandowski, RW9, Hat Lewandowski kein Twitter? Lewandowski hat auch Twitter, Oder? At Lewy official, rw9 rw9 man kennt ihn sorry man kennt ihn den robert willandowski gut habe ich auch nichts anderes gesagt christian aber ich hab halt gesagt wir haben ihn schon deswegen hält sich meine grenze halt und freuen ja